moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen brandneuen unsichtbarkeitsglitch mit der ferne entladung zeigen und zwar ist das bisher der einfachste glitch mit der ferne entladung den es bis jetzt gegeben hat und ich zeige euch jetzt wie das geht ihr braucht als allererstes 100 blauen schrott damit ihr euch eine ferne entladung kaufen könnt geht euch die ferne entladung kaufen bei der werkbank dann stellt euch hier im tunnel auf die maschine dorthin wo ich stehe aktiviert eure ferne entladung und fahrt einfach hier geradeaus dann steigt ihr aus der ferne entladung automatisch aus wo wenn ihr dann auf die schießen taste drückt dann bleibt die firma hier und die geht auch nicht mehr kaputt leute alle zombies versammeln sich da und niemand kann diese ferne entladung jetzt kaputt machen nicht mal der megaton kriegt die kaputt jedoch greift euch der megaton und die hunde noch an also passt auf leute alle normalen zombies sind hier aber der megaton und die hunde greifen euch an dies sollte aber kein problem sein da alle anderen zombies solche ignorieren jedoch wenn ihr weiter weg geht also raus lauf dann greifen euch die zombies auch wieder an so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle sehr gerne ändern ansonsten tschau bis zum nächsten mal